Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Aragami. Ja, inklusive neue Aufnahme-Session. In der vorigen haben wir ja, ähm, da haben wir doch, äh, ich tu mal die Fallen mit rein, da haben wir doch, äh, den Hauptmann Arschloch und so besiegt, ne? Also da gut, die Abkürzung hat funktioniert. Fast. Da. Nö. Bald könnten diese Kairo-Dummköpfe die Welt auf Widersinn sagen. Hm. Es tut mir leid, aber mit dieser Yamiko stimmt definitiv irgendwas nicht. Ich habe keine Ahnung, wo wir als armer, rachsüchtiger Geist hingeraten sind, aber, ja, das Ganze ist nicht sonderlich, ähm, was soll ich sagen? Ja. Zum einen einleuchtend, was da jetzt wirklich, äh, mit uns ist, und zum anderen habe ich schon langsam das Gefühl, dass die Kaiserin und die Yamiko, die wir befreien sollen, keine Sonnenscheinkinder sind. So. Wir müssen uns mal im Schatten verstecken, wie immer. Äh, dieses Kapitel ist, äh, neu für mich. Ich, ich habe keinen Plan. Zuallererst soll ich mal Kurosu rufen. Da drüben, gleich ums Eck ist was. Äh. Und da drüben, irgendwo, ne? Da kommt jemand, das ist schlecht. Ich würde es einfach mal... So. Und ab in die Schatten mit dir. Oh, lief, glaube ich, nicht so schlecht. So, schleich, schleich, schleich. Der Bogenschütz da oben droben macht mich leicht nervös. Der muss leider Gottes auch abdanken, fürchte ich. Genauso wie mir der Kälte und nervös macht. Ähm, warte, wie war das noch schnell mit den Fallen? Ich habe schon wieder alles vergessen. Aber das war kurz blenden, ne? Was mir aber gerade nicht hilft, ich würde das schuldigen auch nicht wirklich. Warte, warte. Ich lasse nochmal kurz die Falle. Ich muss das schon wieder nachlesen. Entschuldigung, es ist schon wieder über eine Woche her, dass ich hier das letzte Mal gezockt habe. Und das kommt mir gerade nicht zugunsten. Ähm, Schatten vor dich. Da, hier, wie heißt das? Sakaku. Der Köder explodiert, wenn sich ihm ein Feind nähert. Dabei werden alle umstehenden Gegner geblendet. Erschärfe einen Köder, um nahe Feinde anzulocken. Mit welcher Taste? Keine Ahnung. Sakakukuka. Das da war's, ne? So, und jetzt? Mit E? Jetzt ist er aber nicht... Aha! Na ja, eigentlich ist er schon. Und so, ne? Oh. Da kommen noch mehr. Schnell, schnell, schnell. Kommt noch mehr? Ja, wirst du. So, weg mit dir. So. Und so, so, so. So. Der ist auch mal weg. Tschüss, Baba. Jetzt wäre gut, da oben irgendwie diesen Bogenschütz noch auszuschalten. Der macht mich nervös. Aber zuerst, Kurosu, da hinten irgendwo soll die begehrte, heiß begehrte Schriftrolle sein. Ich hab keine Ahnung, wo dieser Hampelmann herumrennt. Schön wär's, wenn er da so wär. Dann könnte ich ihn niedermäucheln. Ah, da hinten ist er. Ich kann leider nicht speichern, ne? Das wisst ihr. Oh mein Gott. Darum ist noch so ein Hampelmann. Ich glaub, der eine hat jetzt aufgehört. Das heißt, wir können den niedermäucheln. Normalerweise. Schnell. Jawohl. So, da müssten wir jetzt mal alle haben. So. Jetzt ist nur noch da oben. Warte. Da oben, der Bogenschütz, der Nerven tut, ne? Aha, wieder so eine Lichtgeschichte. Okay. Was haben wir da schön feines? Wow, ne? Aha, jetzt hab ich Glück gehabt. Ich wollte nämlich runterhüpfen. Und jetzt wär mir fast die eine Wache da, ne? In die Querte gekommen. Querte gekummern. Ja. Nicht mit O, sondern mit U. Gekummern. So, ich hüpf. So. Ich hüpf. Dann haben wir wieder dieses fiese Licht. Miese, fiese, lichtle. Aha, da ist ne Wache. Ich nehme mal an, dass genau da drinnen, wusch, das Objekt unserer Begier ist. Genau. Die Rolleschrift. Ja, wir haben vier. Subi. Was tun wir denn lernen tun? Was hätten wir denn da? Verbesserte Erholung. Beschleunige deine Schattenessenz-Auffrischung um 25%. Oh, ja. Mhm. Ja, das ist doch nicht so schlecht, ne? Was haben wir da? Kage 2. Feinde können dich nicht hören, solange Kage aktiv ist. Echt? Na, das ist doch nicht schlecht. Und Kunai? Stufe 2. Mach dein Kunai absolut geräuschlos. Niemand wird dein Opfer schreien hören. Hier, Kurosuna 2. Kurosuna kann eingesetzt werden, um entfernte Ziele zu blenden. Und hier, Schienen 2. Platziere dein Schienen auf dem Rücken eines lebenden Ziels. Wenn niemand wird es kommen sehen. Na, prima. Das ist aber auch nicht schlecht. Die Qual der Wahl. Es geht eh nur hier, da und hier, da. Leider. Huch. Ich bin eigentlich schon für das hier ein bisschen. Hm. Aber auch für das hier. Ich werde das hier nehmen. Da. Inni, mini, mu. Entschieden haben wir uns für du. So. Ja, so einfach macht man das. Heutzutage. Jo. So. Der Bogenschütz. Der Bogenschütz. Und weg mit dir. So. Sauber. Ja. Schönes Wetter haben wir heute auch, ne? Was gibt es Besseres? Ah. Falle haben wir jetzt noch eine, ne? Oh, boah. Fast nicht losgegangen. Oh je. Oh je, Madonna. Mach, 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 mach. Ach, scheiße. Ja, ich habe gegimpelt. Das war nicht schlau. Ich habe vergessen, dass der, oder nicht, bemerkt, dass der zurückkommen kann. Ja, ja, ist schon gut, meine Gnädigste. Scheiße. Ach Gott. Ja, ist schon gut. Wow. So, nochmal den ganzen Track von vorne. Jawohl, wie sie es gehört. So, warten, warten. Dass wir die Falle ein bisschen besser vielleicht platzieren, dann geht es vielleicht besser. Da wäre schon bald eher besser, den Staubsauger einzuschalten, finde ich. Hm, komm her. Mist, verflixt er. Das war nicht geplant. Entschuldigung. So, wieso bringe ich eigentlich schon wieder alle um? Ich brauche nur durchhuschen. So. Und die Sachen einsammeln. Ach, ja, da war ja was. So, husch, husch. Den da vorne eventuell noch. Aber den kann ich jetzt leider... Den muss ich schon wegloggen. Das wird nicht anders gehen. Warte, warte. Da brauche ich jetzt wieder... Ach, wie ist das? Nein, das war nur das Blenden, ne? Ich brauche schon hier die Falle. War das nicht die? Ja, das war schon das. Und tschüss. So. Passt. Der ist weg. So, die eine Rolleschrift haben wir schon. Genau. Ich brauche hier nur schauen, dass ich die anderen Rolleschrift jetzt kriege. Und dann wick sie weg. Aha, in dem Haus da drin. Aha. Mhm. Aber den einen, der da herumkrabbelt, das wäre schon nicht schlecht, dann umzuhauen. Eigentlich, irgendwie. Ja, der kommt, glaube ich, gleich zurück, oder? Ja. Den einen werden wir noch ausschalten. Und dann werden wir schnell schauen tun, ob wir die Rolleschrift bekommen. Die ist sicher im Haus da, ne? Ah, muss gar nicht das Haus sein. Das kann dort beim Wasserfall auch sein. Wahrscheinlich eher dort. Was hält man noch? Zwei, drei, vier Rolleschrift noch. Da oben ist auch noch eine. Und da drüben sind noch mehrere. Okay. Weil der Bogenschütze nervt. Warte, der muss sich auch noch ausradieren. Kann ich ihn jetzt von hier oben aus umhauen? Na. Der geht weg. Perfekt. Und weg mal. Sehr gut. Perfekt. So, jetzt haben wir Ruhe. Na, runter mit uns. In die Schattis. So. Jetzt ist der eine Kerl wahrscheinlich wieder da drüben. Ja, natürlich ist er da drüben. Scheißendreck. So, schön warten. Na los, geh weiter. Hü, hüpf. Geht ja. Da, den hauen wir auch noch weg. Und hüpf. Da. So, weg mit dir. Hüpf, hüpf, hurra. So. Fein. Das bedeutet. Atom ist entliegt. Das hat er gemeint. Aha. Ein Dichtelein. So. Das hier mal zu dem. Der geht wieder irgendwo hin, ne? Warten. Ah, der Bogenschütz da umgeht mir auch auf die Nerven. Aha, der ist jetzt da. Da muss ich kurz ein Bild verfolgen, wo der hinhatscht. Und dreht wieder um. Das heißt, die Stelle hier sollte eigentlich sicher sein. Ups. So, geh weiter. Das Licht muss mal aus. Hoffentlich verfolgt er uns jetzt nicht. So, und mach. Weg, 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 weg. Warten. So. Hoffentlich klappt das. Ja, das hat geklappt. Sehr gut. Schön. So, Kurosu. Wo haben wir denn was? 60. Da oben irgendwas. Mhm. Jetzt wäre gut, da raufzukommen. Hm. Kommt man hier gar nicht drauf? So anscheinend nicht. Gibt sie denn da drüben? Also nur hier? Ja, gut, so geht's mal. Okay. Und jetzt da rauf. Ein Stückchen vor. So. Komm ich. Aha. Was war denn das gerade? Von da nach... Können wir den... ...niedermolcheln oder was? Lol. Cool. Ähm. Ich will da rauf. Bitte. Bitte tu mir den Gefallen. Vielleicht so? Ui. Da ist jemand. Habe ich nicht gewusst? Ich hänge fest. Ah, das ist er. Okay, warte. Es ist wahrscheinlich eh schon spät. Ja, ja. Ist schon zu spät. Okay, dann muss ich umhauen. Ah, will ich aber nicht. Schlecht. Halt die Klappe. So. Boah, geht's. So. Und theoretisch bräuchte ich eigentlich gar kein Umhauen, ne? Puh, Glück gehabt. Er war nicht im Licht. Also zu viel im Licht. Das war okay. Ja, ja. Deck mich nur, hast du recht. So. Für den Fall, dass es der Bogenschütz war. Mal schnell verstecken. Also zu dem raufkommen ist mir ja schwer. Na, ist recht einfach. Wahrscheinlich die Höhle da, ne? Da durch, da rüber. Kann ich mir halt vorstellen. Mal los. So. So. Der hat auch überstanden. Für, 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 für. So. Wieder zurück. Hüpf. Ach so. Blödsinn. Hier rauf, ne? Na, nicht so. So. Richtig. So. So. Und so. Perfekt. Ach, herrje. Kacke. Kacke. Das ist halt, weil man das Label, weil ich das Label auch nicht kenne. In keinster Weise nicht. Mach hinten. Kaputt. Traf. Und schnell weg. Sehr gut. So. Geradler Nummer zwei. Steht auch hier. Ist gleich weg. Sehr gut. Und weg. Da ist niemand. Du kannst mich schon suchen versuchen. Versuchen versuchen. Verstehst? Hui. So. So. Also dann nochmal, ne? Ja. Am besten hingehen. Na. Alter Scheiße. Scheiße. Rauf, 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 rauf. Er ist zu doof zum Springen. Ja. Was war denn das jetzt für eine Aktion, du Idiot. Dieses Schattenhüpfen ist echt kacke. Muss ich echt sagen. Arakami. Arakami, du Arsch. Echt? Was machst du da? Du Vollidiot. Der will entdeckt werden. Der steht drauf. Der will unbedingt entdeckt werden. Der steht drauf. Du Vollidiot. Oh je. Oh je. Du Arschloch. Bogenschütz. Scheiße. Doof Arakami. Echt? Kommt der gerade her oder geht der weg? Er geht weg, ne? Ich werde es noch irgendwann sauen. Das ist schon Sinn. Ja. Weg mit dir. So ein Dreck. Boah, ärgert mich das gerade. Ja, ja. Da sieht mich schon wieder der Bogenschütz, ne? Ja, der ballert gleich her. Ja, ja. Oh. Wo kommt denn der jetzt her? Weiß, das ist echt nicht fair. Na, weißt, das ist gerade echt nicht... Alter, du Sau. Da hätte ich mich jetzt fast verraten. Kommt der jetzt auch noch her oder was? Und da steht ich. Wo ist der Rote? Da drüben. Komm, dreh um. Humble, Mann. Und weg mit dir. Der ist mir zu riskant und gefährlich. Das gibt's ja nicht die eine Stelle, da oben ist echt doof. Aber ich hab schon vergessen, zurück rauf zu hüpfen, weil ich das vergessen hab. So. Dann geht es höchstwahrscheinlich einfacher. Hüpf. So. So. Mach. Was machst denn du? Die Scheißkamera, eh. Hallo. So. So. Jetzt nicht vergessen, nicht mehr da rauf. Da oben ist scheiße. Bitte? Hallo? Rauf da. Weiter. So. Weg da. Na, mach. Alter. Sogar zum Runterhüpfen. Ey. Also wirklich. Jetzt kommt er nicht mehr rauf. Arakami, was machst du da? Ja, das schaut besser aus, da drüben. So. Oder ist das ein weiter Weg? Nö, ne? Na. Wer fühlt schon da rauf? Vielleicht fühlt er auch irgendwie vorbei? Nö. Oh Gottchen. Oh Gottchen. Hör auf. Hör auf. Weg. Versteck dich. So. Der Bogenschütz da drüben. Der nervt auch unglaublichst. Ich hätte überlegen, eine Falle einzusetzen. Ist vielleicht das Beste. So. Falle. Mit E. Und tschüss. Passt. Jetzt haben wir Ruhe. Da ist ja alles Licht, ne? Da ist der einzige Schatten. Wow. Schatten. Passt. Machst du mal? Hallo? Alter. Arakami. Hm. So. Puh. Gut. Jetzt haben wir ein Speicher. Was ist denn jetzt? Jetzt haben wir... Ja. Danke. So ein Speicher-Dings wäre schlecht. Und er speichert. Sehr gut. Sehr gut. So. Nächstes. Geheimnis. Ist alles da drüben. Und da drüben. Ich glaube, das ist alles da drüben, drüben. Hü-hü. Schreien. Wir haben noch. Ich behalte den auf als Notgeschichtel, sage ich mal. Okay, da drüben ist die erste. Hm. Wow. Was? Das war gar nicht so schlau. Ich möchte gerne wieder zurück, bitte. Danke. Okay. Das ist jetzt wieder etwas kompliziert. Jo. Auf alle Fälle müssen die Bogenschützen weg. Was? Mir springt gleich das Herz aus der Brust. Alter, ja mir auch. Bist du in Ordnung? Wir sind so nah am Tempel, an der Schattenkaiserin. Ich verstehe, warum keiner diese Patrouille machen will. Pah, Patrouillen sind immer ein schwarzer Peter. Glaubst du, ich mache Witze? Was, wenn sie sich befreit? Hast du nicht von dem Eindringen gehört? Er ist hier, um sie zu holen. Und wir können ihn nicht aufhalten. Verliere nicht gleich den Kopf. Der General bewacht den Tempel. Stimmt's? Sobald der Eindringen hier auftaucht, wird nur Konfetti von ihm übrig bleiben. Toll. Wir werden zu Konfetti. Hurra. Achso, das ist gar nichts Gutes. Oh. Ja. Habe ich gewusst? 41. Da ist jetzt nur... Dingens gemeint. Und da drüben. Da drüben, drüben. Wie hüpf. Ah. Den entsorgen wir auch. Ah. Joioioioi. Da drüben soll's sein, ne? Und jetzt wo? Ah, da oben. Lol. Kann ich hier? Nur so, ne? Yeah. Neue Schrifterrolle. Sehr gut. Na, unten war jetzt nicht so gescheit. Oh, wieder da drüben ist gescheiter. Sehr gut. Next one. Kurosu hat da drüben was entdeckt. Ich denke mal, einfach da durch, ne? Ah, darum ist noch so ein Bogenschütztrottel, ne? Nicht so klares, ehrlich gesagt. Fuhu. Na, komm. Ja. Kann man hier hoch eigentlich? Das wird die Sache erheblich erleichtern. Nein. Darf ich zu viel Zeit verdrödeln? Mach finster da hinten. Herrschaft Zeiten. Warte, komm. Leg mich. Am Arsch. Und zwar gewaltigst. Du Mistfink, du Dreckiger. Oh, der Pate ist zu Ende. Da ist er auch noch. Mann, ey. Boah, ich hasse Bogenschützen. Äh, was haben wir denn hier für den Weg? Ah, jetzt nochmal hin zum, zum Schreinilein. Haben wir da vielleicht was Tolles entdeckt? Ich hoffe. Du, das schaut aber gar nicht mal so schlecht aus. Schau dir das an. Wie der Gratler mich sieht, ne? Habe ich noch eine Auf... Boah, habe ich noch eine Aufladung für eine Falle? Ja. Hilft leider nix. Um Himmels Willen. Mach dich aus dem Staub, ey. 1, 2, und schluck. So. Jetzt müssen wir Ruhe haben. Jetzt müsste es auch leichter gehen. So, hu, hupf. Passt. Puh. So. Äh, der Pate ist zu Ende, sehe ich auch gerade. Ein Stückchen sind wir wieder weitergekommen. Wie gesagt, ja, hier kenne ich wieder gar nichts. Also, ich muss wieder ein paar Mal probieren. So, mit First Try und so. Ja, und speichert es auch, wie schön. Haut das eben nicht so hin. Also, mit First Try haut es nicht so hin. So. Gut, ihr Lieben. Dann beenden wir das Ganze hier einfach mal. Ich bedanke mich wieder von ganzem, ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.